Willkommen zu Frequent Traveller TV. Heute in der Ausgabe geht es einmal um Piloten, die Flüssigkeiten auf der Center-Konsole balancieren, was natürlich nicht geht. Deshalb sind sie rausgeflogen. Dann die Verkehrsminister wollen das Chaos an der Sicherheitskontrolle beseitigen, indem sie die Flughäfen in die Zuständigkeit versetzen zur Sicherheitskontrolle. Frankfurt hat es ja vorgemacht. Dann haben wir auch noch ein Thema, Qatar Airways A380er. Leider werden zwei als Ersatzteilspender enden. Und wir haben noch eine United Airlines Mileage Plus Geschichte mit Emirates zusammen. Wird es dort reziprok Vorteile geben. Heute die Sendung wie immer natürlich aus dem Parisi-Utva in Budapest. Wir haben heute unseren Stammtisch dort. Einmal schön nochmal das Bild kontrollieren, dass die Lampe im Bild ist. So machen wir das. Dann ist es doch hübscher von der Komposition. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und wichtig, vielleicht Kanalmitgliedschaft. Denkt drüber nach. Ja, das erste Thema, was wir haben, ist das Thema Chaos an den Flughäfen. Ihr wisst ja alle bei der Sicherheitskontrolle, da geht der Bär, da steppt der Bär manchmal. Nicht nur wegen den Streiks, die wir im Moment haben, sondern auch so, dass wir nicht genug Leute haben, die dort die Sicherheitskontrolle machen. Und so ist es jetzt, dass die Verkehrsminister meinen, jetzt ist ja Ostern irgendwie in ein paar Wochen vor der Haustür. Und ich könnte eigentlich fast schon sagen, nächste Woche ist der 24. Weihnachten, kommt auch irgendwie, keine Ahnung, wo der Kausalzusammenhang ist. Aber auf jeden Fall, Ostern ist eine Hauptreisezeit und da ist es so, dass die Länder dem Bund vorgeschlagen haben, dass die Flughäfen die Securities in Eigenkontrolle machen sollen. Frankfurt hat es zumindest am Terminal 1, glaube ich, vorgemacht. Und der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der VMK, Nordrhein-Westfalens Ressortchef Oliver Kriescher von den Grünen, hatte gesagt, der Grund sei einfach, dass die Leute vor Ort besser das Ganze machen könnten als der Bund. Ja, so ist das. In den vergangenen Jahren sei es natürlich üblich gewesen, außer in Bayern natürlich, wo die Welt in Ordnung ist, der Bund für die Passagierkontrollen an den Flughäfen zuständig gewesen. Und in den Corona-Pandemie-Jahren ist es so geworden, dass sich herausgestellt hat, dass die Strukturen der Bundespolizei und das, was man halt dort hatte, irgendwie an Kapazitätsgrenzen gekommen ist. In München ist mir das nicht so zu Ohren gekommen, dass dort Probleme bestanden haben, auch wenn sie jetzt streiken. Der Frankfurter Flughafen, wie ich berichtet hatte, hat ja schon eigene Sicherheitskontrollen, die sich steuern. Und das ist am Jahreswechsel in deren Hand übergegangen. Man hat allerdings bei der Bundespolizei trotzdem noch die Aufsicht, weil das ist ja eine hoheitliche Aufgabe. Auch die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Bonn, Hannover, Stuttgart hätten neben den anderen Interesse bekundet, die Passagierkontrollen selber zu machen, heißt also zu steuern. Was haltet ihr von der Idee? Sagt ihr, das ist eine gute Idee, das ist etwas, weil die Flughäfen ja auch wissen, wie viele Flüger kommen und was da an Bedarf ist, dass die das selber steuern? Oder sagt ihr, nee, das sollte eine Bundesaufgabe, eine hoheitliche Aufgabe sein? Ich selber habe mit der TSA in den USA, die ja eine Bundesbehörde ist, eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht und habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie unterprivilegiert werden, hätte ich fast gesagt, nein, untermannt werden. Das heißt also, dass die Probleme hätten bei der Personal. Ich fand das in den USA immer gut und ich finde auch die Kontrollen in den USA relativ human im Vergleich zu teilweise anderen Ländern, wo es kritisch ist. Da bin ich gespannt auf eure Meinung. Bei Qatar Airways hat man eine Meinung zum 380er und der 380er ist nur wiedergekommen, weil man ein Lieferkettenproblem hat, in dem man keine neuen Flugzeile bekommt. Ist ja auch ein bisschen so selbstgemachtes Problem, wenn man ehrlich ist. Wir erinnern uns an die Lackschäden-Diskussion der 350, 1000er und der 900er. Hat man aber Gott sei Dank eine Lösung gefunden. Ich glaube, drei sind jetzt so auch relativ schnell im Zulauf bei der Qatar Airways. Und so ist es so, dass die Fluggesellschaft Qatar Airways sagt, dass man das Flugzeug nicht mehr haben möchte. 2026 soll Schluss damit sein. Und zwar ist es so, dass man natürlich den Einsatz der Flugzeuge benutzt, aber sie sind mehr als eine Reserve gedacht und nicht unbedingt als wirklich ein Fluggerät, auf das sie sich verlassen wollen, auch wenn sie zehn Flugzeuge davon betreiben und eins als wirkliche Reserve für diese Flugzeuge haben. Die übrigen zwei Superjumbos ist so, dass man die als Ersatzteilspender nutzt. Das ist das, was Akbar Al-Barka sagte auf der ITB. Bei Airline-Chefs sieht das anders aus, sagt er verwarnt eine Woche am Rande der ITB. Ja, das ist so. Und deshalb wird die Rückkehr zum Superjumbos bei Qatar Airways wirklich nicht von langer Dauer sein, denn in den nächsten drei Jahren werden sie weg, den Kopf kürzer gemacht, 2023 bis 2026 leider. Und der Flieger ist in Akbars Aussage unwirtschaftlich und einer der größten, wenn nicht sogar der größte Fehler seiner Geschichte als Airline-Chef, dass man das Flugzeug gekauft hat. Und ja, das ist einfach so. Er sagt auch natürlich, dass der Streik jetzt beigelegt ist und die Auslieferungen kommen. Der anderen Flugzeug, deshalb kann man natürlich die 380er weggeben. Und bei Boeing haben sie ja auch nicht wirklich viel Glück gehabt. Die 777X sind ja auch nicht gekommen, sind ja sogar bis 2025 verspätet, so wie es Lufthansa Carsten Spohr sagte. Piloten sind auch in High-Demand, aber bei Spicejet hat man zwei Piloten suspendiert, weil sie ihre Sachen, Flüssigkeiten in der Center-Konsole positioniert haben und dieses quasi als ein Snack-Tisch missbraucht haben. Ich gebe euch hier mal ein Bild rein. Dann seht ihr das. Da ist das Ding auf der Center-Konsole. Hups, da ist es richtig. Da seht ihr es. Man hat also quasi das unter dem Triebwerkshebel positioniert und benutzt das irgendwie auch dann für Instagram. Und das Bekloppte an der Geschichte ist halt, dass die Crew das Ganze auf Social Media hochgeladen hat. Ich meine, wie bekloppt kannst du sein? Und so ist es, dass man dann den indischen Aufsichtsbehörden, die natürlich, die haben gesagt, komplett, das geht gar nicht. Wir erinnern uns ja auch, glaube ich, an 350er war das, wo man auch irgendwelche Sachen in der Center-Konsole reingetan hat, Flüssigkeit reingekommen ist oder auch zu Fehlfunktionen geführt hat. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. So ist es halt auf jeden Fall so gewesen, dass man die Crew ausführlich gemacht hat. Und so ist es dann passiert, dass die beiden Piloten herausgeschmissen haben, weil sie die Sicherheit des Flugzeuges kompromittiert haben. Compromising the Security ist der englische Begriff, der verwendet worden ist. Ich persönlich würde das vielleicht auch nicht machen. Ich würde es auch nicht vorschlagen. Ich trinke ja meistens Wasser. Das heißt also, wenn es in die Tastatur fließt, ist es auch nicht besser. Aber zumindest klebt es nicht, wenn sie kaputt ist. Also sollte man überlegen, auch beim Computer. Aber das hat natürlich keine Auswirkung, wenn ich das bei euch bei einer Live-Sendung mache. Ich habe jetzt im Moment gar nichts zu trinken dabei. Aber es ist natürlich dann so, dass der Flieger kaputt ist und abstürzen kann im Worst-Case-Szenario, weil er nicht fliegbar ist. Beim Computer stehe ich einfach auf, schreie Scheiße und bestelle mir einen neuen oder lasse ihn reparieren. Schwierig. Also da auch könnt ihr sagen, was ihr davon haltet, von dem Bild. Aber wie gesagt, das Dumme ist wirklich, das auf Social Media hochzuposten. Fasst man sich an den Kopf. Wir wissen ja, dass es bei United Airlines und bei Emirates ein Co-Chair-Agreement gegeben hat im September 2022. Und es sieht so aus, als ob dieses jetzt demnächst Ende des Monats live gehen möchte. Und es ist so, dass man jetzt bei United Emirates Meilen sammeln kann und umgekehrt. Umgekehrt heißt also auch nochmal eine Unterscheidung zwischen United Tickets und Nicht-United Tickets. Da gibt es auch nochmal unterschiedliche, weil nämlich bei der United Emirates Earning Chart für Tickets mit United Ticket Stock gibt es einfach fünffache Fair-Preise. Dann je nach Status bis Premier 1K elffache Fair als Punkte. Wenn es halt nicht ein Ticket ist, dann ist das je nach Buchungsklasse. Zum Beispiel in SNDZ gibt es 0%. In V gibt es 10% bis zur First Flex Class. Da gibt es 150% an Meilen. Heißt also, dass die Partnerschaft bei United nicht ganz so prickelig ist. Die Partnerschaft bei Air Canada ist besser, weil man da auch natürlich Meilen ausgeben kann und nicht nur Meilen sammeln kann. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Meilich-Plus-Mitglieder die Flüge mit Emirates ab Dubai nehmen müssen. Heißt also, schwierig das Ganze dann zu machen. Aber ich wollte euch einfach mal melden, dass es dort eine Partnerschaft gibt für die Leute, die mal Meilenich-Plus sammeln und dann auf Emirates sammeln wollen. Wir empfehlen trotzdem bei Emirates zu sammeln, nicht bei United Meilenich-Plus, weil die Ausbeute halt jetzt nicht wirklich so prickelnd ist. Da sind hier Emirates Meilen in meinen Augen wesentlich wertvoll. Danke, dass ihr heute wieder meine 10 Minuten zugehört habt bei Frequent Traveller TV und natürlich auch bei dem Ganzen artig zugehört habt, kommentiert habt, Glocke angemacht habt, Like ragen lassen habt, aber auch über eine Kanalmitgliedschaft nachgedacht habt. Ich werde jetzt gleich runtergehen, gucken, wie es am Stammtisch ist. Ich finde die Funktion so geil. Am Stammtisch ist, der fängt ja auch jetzt in einer halben Stunde an. Wir haben jetzt 17.30 Uhr Budapest-Zeit. Und da geht es halt wirklich in einer halben Stunde los. Ich bearbeite das Video nochmal für euch, gucken, dass das mit dem Ton passt. Leider hat es gestern mit dem Ton nicht so ganz geklappt, weil der Raum so unprickelnd war. Aber danke für eure Loyalität. Danke, dass ihr nach Budapest gekommen seid. Sieht so aus, als ob wir da 10 Leute sein werden. Danke dafür und ich wünsche mir, ich wünsche mir, ne, ich wünsche euch noch ein schönes Rest Samstagswochenende. Bis morgen müssen wir mal schauen, wann ich morgen lande. Sollte eigentlich so sein, dass ich in dem Studio wiederkomme. Schauen wir mal, wen wir morgen live wieder dabei haben. Mario, vielleicht auch Freddy. Schauen wir mal. Also, danke und bis dann. Ciao. Abonnieren, Glocke. Keine Ahnung. Bis dann. Ciao. So, jetzt bin ich raus. Bis dann. Ciao. Ciao.